Bleibst du zum Dinner bei uns, Mama? Es ist ein Buffet. Nun, ich bin nicht umgekleidet. Du könntest doch nur deinen Hut absetzen. Du tust ja, als sei das so einfach. Ich erwarte, dass alles hier im Hause glänzt und strahlt. Die Post kam soeben an, mein Lord. Oh, Himmel! Was ist denn? Der König und die Königin erweisen uns die Ehre. Was? Na, großartig. Ein königlicher Lunch, eine Parade und ein Dinner? Ich muss mich verschreckend mal hinsetzen. Ich bin der Butler des Königs. Wir sind in Downton, um den Besuch der Majestäten vorzubereiten. Der königliche Butler ist ziemlich furchtanflößend. Kommen Sie mir nicht in die Quere. Ich bin der Chefkopf seiner Majestät. Ich brauche Oli, bin auf der Stelle. Was hinter die Löffel kriegen, auf der Stelle? Ich benötige Ihre Hilfe, Carsten. Ich werde morgen früh da sein, my lady. Kann ich Ihnen helfen? Ich bin die Zufa von Lady Bagshaw. Also, ich muss gestehen, sie gefällt mir. Sie ist ein hinterhältiges kleines Biest. Ach, dummes Gewäsch, was reden Sie denn? Oh! Es besteht keinerlei Veranlassung für einen Streit. Ich streite mich generell nicht. Ich erkläre. Unser Personal hat gar nichts zu tun? Nein, nichts. Es ist nicht recht, uns in dieser Weise zu demütigen. Verzeihung. Wir haben vor, Downtons Ehre zu verteidigen. Wir finden, wir sollten zurückschlagen. Das ist Hochverrat. Ich habe ganz das Gefühl, Sie können verstehen, was in meinem Kopf vorgeht. Die letzten Tage haben mir zu denken gegeben. Was tun wir da nur? Sollten wir tatsächlich so weitermachen? Downton Abbey ist das Herz dieser Gemeinde. Und Sie sorgen dafür, dass es weiterschlägt. Nun kommen Sie. Mr. Maltzley? Eure Majestätin. Willkommen auf Downton Abbey. Oh, darf ich Ihnen helfen? Das muss jemand tun, Sir. Sonst erhebe ich mich nie wieder.